Hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio. Heute ist der 6. August 2012 und ich wollte euch hier eine Information geben, die ich für wichtig erachte und zwar habe ich dazu auch einen entsprechenden Artikel veröffentlicht auf meiner Webseite mywakenews.wordpress.com und da handelt es sich um eine Presseveröffentlichung der Parkschützer aus Stuttgart 21 und die Überschrift, die ich gewählt habe, ist Stuttgarter Polizei und Staatsanwaltschaft bei illegalem Einsatz erwischt. Und es heißt dort im Artikel, wie heute am 6. August 2012 via Presseinformationen durch die Parkschützer mitgeteilt, findet die heutige 134. Montagsdemo ab 18 Uhr auf dem Stuttgarter Marktplatz unter dem Motto Kriminalisierung der S21-Kritischen Bewegung statt. Hauptredner Dieter Reicherter, ehemaliger Staatsanwalt und Vorsitzender Richter am Landgericht Stuttgart in der Strafkammer, offenbart in seiner Rede neue Details zur Hausdurchsuchung bei ihm und zur Staatsanwaltschaft Stuttgart. Ende Juni 2012 hatte die Stuttgarter Polizei und die Staatsanwaltschaft das Haus von Dieter Reicherter in seiner Abwesenheit durchsucht und Computer und Dokumente beschlagnahmt. Die Rede von Dieter Reicherter finden Sie nachstehend unten und im Anhang als Vorabveröffentlichung. Und da habe ich die Rede auch mit abgedruckt auf diesem Blog und werde das hier auch im Video als Link mit reingeben. Und zwar die Rede von Dieter Reicherter, ehemaliger Staatsanwalt und Vorsitzender Richter am Landgericht Stuttgart der Strafkammer bei der 134. Montagsdemo am 06.08.2012. Das heißt heute am späteren Abend oder Nachmittag. So, ich werde aber trotzdem, da das festgehalten werden muss, das hier verlesen. Und zwar schreibt er bzw. wird er dann wahrscheinlich in seiner Rede es wie folgt formulieren. Liebe Freundinnen und Freunde des Rechtsstaats, eigentlich sollte ich heute nochmals von der in meiner Abwesenheit ohne Zeugen bei mir durchgeführten Hausdurchsuchung berichten. Wie die Staatsanwaltschaft es geschafft hat, einen Tag zu finden, an dem ich im Ausland war und die Herausgabe eines Schlüssels, den Bekannte im Ort hatten, zu erzwingen, wäre in der Tat einen eigenen Bericht wert. Wichtiger erscheint mir aber, was sich in der Zwischenzeit ereignet und zu der Aktion herausgestellt hat. Hierbei muss ich nicht spekulieren, meine Fantasie hätte auch gar nicht so weit gereicht. Zum Glück hat mir das Landgericht, das über meine Beschwerde entscheidet, eine vollständige Kopie der Akten zur Verfügung gestellt. Somit sind es keine Geheimakten mehr, wie sich das vielleicht manche der Verantwortlichen gewünscht hätten. Die Staatsanwaltschaft hat mir nämlich in der Zeit von mehr als einem Monat noch keinerlei Auskünfte erteilt. Kafkas, der Prozess lässt grüßen. Und so heißt es weiter in seiner Rede, anhand der Akten lässt sich wunderbar nachvollziehen, dass das Polizeipräsidium Stuttgart tatsächlich alles, was aus dem Widerstand ins Netz kommt, lückenlos überwacht. Anmerkung von mir, Wagenys wird ja auch ständig überwacht und heimgesucht. Okay, es geht hier weiter in der Rede. Nur wenige Stunden, nachdem meine E-Mail wegen der Bespitzelung auf der Seite von Bei Abriss Aufstand veröffentlicht worden war, wurden bereits Ermittlungen eingeleitet. Schöner könnte die kleinkarierte Umsetzung des Rahmenbefehls nicht dokumentiert werden. Die Polizei liebt mich inzwischen so sehr, dass erst letzten Dienstag bei meiner Rede in Esslingen wieder zwei Beamte zur Überwachung meiner Ausführungen eingesetzt waren. Das geht ihm anscheinend auch so. Meine Anmerkung. Es geht weiter im Text. Möglicherweise unfreiwillig bestätigt Oberstaatsanwalt Häusler in seinem Bericht an das Justizministerium unsere Zweifel am Rechtsstaat, wenn er schreibt, bei Bekanntwerden des Rahmenbefehls werde das Vertrauen der Bevölkerung in die öffentliche Verwaltung erschüttert. Da kann ich nur zustimmen und fordern, dass der Rahmenbefehl, Ausdruck einer totalen Überwachungsmentalität, sofort abgeschafft wird. Und die Planstellen für diejenigen in den Sicherheitsbehörden, die uns beschnöffeln, gleich mit. Übrigens entstand der Befehl unter Landespolizeipräsident Hamann, der Mitverantwortung für den schwarzen Donnerstag trägt und den politisch verantwortlichen Innenminister Gall von der SPD. Die Durchsuchung in meinem Haus dauerte zwei Stunden und beschäftigte sechs Menschen. Dabei wurde wegen angeblichen Geheimnisverrats auch nach dem sogenannten Gefährdungslagebild gesucht, aus dem ich zitiert hatte. Allerdings übersah man, dass laut Akte dieses Schriftstück überhaupt nicht geheim ist. Aber wenn man schon am Suchen war, kam es natürlich auf solche Feinheiten nicht an. Dieser großzügigen Auffassung ist es sicher auch zuzuschreiben, dass ohne Ermächtigung durch den Durchsuchungsbeschluss so gewichtige Schriftstücke mitgenommen wurden, wie beispielsweise der grün-rote Koalitionsvertrag. In einem späteren Beschluss des Amtsgerichts heißt es dazu, es handelt sich um Beweismittel, die für die weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Amtsträgers, der den oben genannten Rahmenbefehl Nummer 2 des Innenministeriums Baden-Württemberg sowie das Gefährdungslagebild Nummer 23 vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg unbefugt an den Zeugen Reichertal übermittelt und somit unbefugt ein Geheimnis offenbart hat, erforderlich sind. So wird nicht ausbleiben, dass die Staatsanwaltschaft jetzt gegen die Verfasser des Koalitionsvertrages wegen Geheimnisverrats ermitteln wird. Mit derselben Begründung wurden übrigens eine Ausgabe des Tunnelblick und die Tagesordnung der Juristen zu S21 beschlagnahmt. Außerdem ein Schreiben an den Ministerpräsident, ein Schreiben des Justizministeriums, eine Einstellungsverfügung gegen den Projektsprecher Dietrich, ein Redemanuskript und andere persönliche Unterlagen. Meine Anmerkung, der Polizeistaat hier lässt grüßen. Und hier geht es weiter im Text. Offenbar besonders verdächtig war folgende Textstelle. Zitat Die Zeit des Durchregierens von oben ist zu Ende. Gute Politik wächst von unten. Echte Führungsstärke entspringt der Bereitschaft zuzuhören. Für uns ist die Einmischung der Bürgerinnen und Bürger eine Überreicherung. Wir wollen mit ihnen im Dialog regieren und eine neue Politik des Gehörtwerdens praktizieren. Angeblich hätte es richtig heißen sollen. Wir wollen eine neue Politik des Abgehörtwerdens praktizieren. Zitat Ende. In meiner Mail an Kretschmann ging es auch um ein Zitat der Mafia-Expertin Petra Reski zu Verbindungen des EU-Kommissars Oettinger zu kalabrischen Gastwirten. Möglicherweise nahm die Staatsanwaltschaft Anstoß daran, dass dessen Rolle bei Stuttgart 21, insbesondere bei der Kostenlüge der Bahn, nicht ebenso beleuchtet wurde. Bei so viel Aufklärungswillen der Staatsanwaltschaft fällt mir ihre Rolle bei der Aufklärung des ENBW-Deals und des 30.09. ein. Was wir zu Mappus im Zusammenhang mit dem Aktienkauf erfahren haben, stellt unser gesamtes Demokratieverständnis und die Akzeptanz für angeblich demokratisch zustande gekommene Entscheidungen in Frage. Wir werden fragen müssen, auf welche Weise die Entscheidungen zur neuen Messe und zu Stuttgart 21 eingefädelt wurden. Verblüffende Übereinstimmungen im Strickmuster sind unverkennbar. Auch wird neu zu prüfen sein, wer die Fäden am 30.09. gezogen hat. Ob wir von Polizeibeamten zusammengeknüppelt, mit Pfefferspray geblendet und mit Wasserwerfern angegriffen wurden, die von ehemaligen Ku Klux Klan Mitgliedern und Ausbildern der libyschen Diktatur geschult wurden. Selbstverständlich bin ich überzeugt, dass die Staatsanwaltschaft all diese Fragen sorgfältig und objektiv klären wird, so wie sie in meiner Sache keine Mühe entscheut und mich auf Montag, den 20. August 2012, 10 Uhr zur richterlichen Vernehmung zum Amtsgericht Stuttgart in der Haufstraße 5 vorladen lässt. Denn auch die Staatsanwaltschaft will oben bleiben. Ja und zu diesen Vorfällen bei dem Herrn Dieter Reicherte hatten also auch schon Matrixmedien berichtet. Die Links findet man alle in diesem Artikel, den ich hier auch unten nochmal zitieren werde. Ja und ich fordere alle auf, alle die da in Stuttgart in der Umgebung leben, geht hin zu dieser Veranstaltung heute am Montags Demo ab 18 Uhr, die 134. auf dem Stuttgarter Marktplatz und wir werden weiter am Ball bleiben und darüber berichten. Herzlichen Dank, ist der Detle von Wake News Radio und TV. Bis dann! Wake News Radio, für alle die aufwachen wollen, ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag und Sonntag von 16 bis 18 Uhr zur europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net